So, ich gehe weiter, weil, boah, die Leute sind heute komisch. Stupsen und machen. Wir haben ja bald voll Mond drauf. Alle machen Pause, Pause, Pause. Wir haben ja bald voll Mond drauf. So, ein bisschen frei. Ein bisschen aus dem Gewühl, Heiland. Oh mein Gott. Die Leute, sie stupsen und machen und tun und irgendwie sind sie in komischer Stimmung. So, ich nicht. Hier. Schaut mal, jetzt sagen wir, Luft. Ich habe hier Luft von den vielen Leuten. Ah, was möchte ich euch noch zeigen? Das ist ein feiner Tee-Laden hier. Auf jeden Fall gute Tees. Schaut mal. Oh, das ist gerade beruhigend. So wenig Leute. Es ist leer. Jetzt gehe ich mal schauen. Was ist denn Kindladen hier? Kinderschuhe. Ich schaue mich auch alle so an. Hallo, als ob ich von einem anderen Planeten bin. Ja, noch. So, jetzt sind wir hier auf dem Münsterplatz. Und hier ist das Anticaroma Café-Ristorante. Es ist gerade entspannend hier. Oh. Ich glaube, wir haben sowieso Krebsmond. Und das heisst eigentlich zu Hause sein. Man liebt es zu Hause. Ja, so ist es. Jetzt ist es 20 vor 5. Jetzt gehe ich mal. Ich habe noch ein süßes. Das ist der Briefkasten. Das ist ein alter, alter Briefkasten. Das ist schade. Hier geht es jetzt gerade noch. Dahinten ist der... Ja. Mal schauen, ob meine Tochter da ist. Hier ist das schöne Münster. Wo ich euch ja schon an Weihnachten gezeigt habe. Ups. Hier ist noch eine Pipi-Langstrumpf. Eine Pipi. Ich muss meine Tasche herunterhalten. Das ist so süß. Es ist so süß. Schöne Pipi-Langstrumpf. Ich glaube, es gibt einen Garten im Museumsbistro. Und hier hat es auch noch Stände, da war ja hier, auf diesem Platz hier, war ja der Weihnachtsmarkt und da drüben auch. Ja, jetzt mal schauen, die haben einen Garten, glaube ich. Und meine Tochter, wahrscheinlich noch meine Tochter jetzt hier arbeiten. Ich freue mich, also, Musi Baba, tschau tschau. Ich zeige es euch noch. Es ist ein schönes altes Haus, schöne alte Häuser und Gässchen. Hier hinten kommt man sowieso zum Museum. Ja. Also, Roller. Was ist der Roller? Jetzt mal schauen. Ja, jetzt mal schauen. Ich gehe mal hinein. Dann haben wir das Münster nochmal, den Platz. Ich gelaufen bin. So, Musi Baba, tschau. Tschau.